Leute, jetzt im Nachhinein mal gesagt, wir werden heute eine Challenge drehen, über 24 Stunden das Zimmer und das Handy wechseln. Also, wir haben es eigentlich schon mal gemacht, aber jetzt sagen wir es einfach mal nochmal im Nachhinein, weil wir es vergessen haben, aufzunehmen. Ja, deswegen seht ihr es jetzt, habe ich es erst nach dem Drehen der Challenge so gesagt. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, viel Spaß bei der Challenge. Peace. Und wenn ich mir auf jeden Fall die Challenge sehen will, dann lasst ihr uns ein Like da, abonniert unser Kanal und ja, ich hoffe, es gefällt euch das Video und dann sehen wir uns, wenn wir... Und folgt uns auf Instagram, ich heiße Raphael Obris. Ich heiße Elipro oder sowas. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Peace. Wir sind jetzt ungefähr schon 15 Minuten vergangen. Ich muss noch schön ein paar Fotos löschen, weil sonst kann ich auch nichts auch neben mir. Mein Bruder hat so viel Speicher verbraucht. Und ja, also ich würde sagen, wir sehen uns, sobald irgendwas passiert oder sonst in einer Stunde wieder. Mein Bruder meldet sich ab und zu wieder mal. Also, ja, ich würde sagen, wir... Vielleicht... Vielleicht, Leute, prank ich mein Bruder auch mal ein bisschen. Wir sind jetzt hier gerade am chillen. Es ist schon mittlerweile 16.30 Uhr und wir haben so um 14.58 Uhr gestartet. Also, wir haben so zwei Stunden unsere Sachen gewechselt. Ja. Ähm... Ja, wir wollen noch... Nachher noch irgendwelche sonst... Irgendwelche Sachen machen und dann, ähm, ja... Leute, ich möchte jetzt mal den Bruder nach unten. Ich gehe mal was fragen. Also, Leute, wenn ihr mir erwähnt, wenn ihr 24 Stunden sind, es gibt mir gerne einen Daumen nach oben. Oh, nein. Oh, Blütsvidan. Warum geht Kurve die ganze Zeit abends? Egal. Okay. Ähm... Oh, Bro. Es geht ab. Okay. Ähm... Zeig mal den Zuschauern, was wir alles von uns gemacht haben. Ähm... Ich hab hier unsere Videos. Zeig mal. Ich hab hier unsere alten Videos. Ähm, von 2019 angeschaut. Ja, er schaut uns in der Art Videos an. Das war übrigens nach dort die Zeiten, wie das Art Cutting gemacht hat. Also... Und hier, guckt mal, Leute, hier haben wir schon 2019 dieses Intro gehabt. Also... Wir sind schon... Aber wartet, Leute, da steht... Da habe ich noch ein Introfälle gemacht. Das ist jetzt an. Da steht jetzt viel Spaß. Hier stand viel Glück und Leute, das hat dann meistens Leute hier noch nicht gepasst, dass hier viel Glück steht, weil... Ja, sie brauchen ja keine Challenge zu machen. Und Leute, wir würden sagen, wir sehen uns in einer oder zwei Stunden wieder. Ja. Wir sind wirklich schon viel Zeit vergangen. Wir haben ja... Immer noch 18 Uhr... Also wir haben jetzt 18.10 Uhr. Ich glaube, zuletzt haben wir da so 7... Nein, 17 Uhr oder so gemacht. Keine Ahnung wann. Also... Ja, ihr könnt mich zurück über diese Tase durchspielen. Ihr seht, es ist so komisch verpackt, weil es... Ja... Ihr seht, es ist wirklich verpackt, so... Die Ahnung, wie das richtig funktioniert. Also... Ja, ihr könnt mich vielleicht mal in den Kommentaren schreiben. Und wie, wenn ich die Tase gespielt habe. Ja... Ja... Wow, toll. Ähm... Ja... Ich gehe jetzt mit meinem Bruder runter und... Wie du sagst, dann... Versprechen wir mal, was ich jetzt dachte. Wohin? Ja... Das ist schlechter. Du da unten? Und was gibt es ihr da ab? Nichts. Ja... Ich zeige gerade hohe Blocks auf den nächsten Blocks. Ja... Ich wollte hier drauf spielen, aber... Nichts. Warum? Ja, du kannst es auch... Schau... Du kannst es ja auch so machen. Dann kannst du sie so zocken und ziehen. Ja, Leute... Auf jeden Fall... Wenn man bitte eine Flasche dann schenkt. Ähm... Wann würde ich sagen, wir sehen wir uns rüber irgendwo... Ich würde... Ich würde sagen, im 9.00 Uhr kommst du hoch. Okay? Am 9.00 Uhr sehen wir uns bei Kinderleute... Ähm... Peace! 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 Ich würde mal zeigen... Hier seht's... Ähm... Seht's dunkel draussen... Also wirklich sehr 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 dunkel ist... Ja... Ja... Dann Leute... Ja... Mit den Haaren... Mit den Haaren... Schauen kann... Warte zu mir... Oh man... Es kommt dunkel... Ja... Ja... Was machst du? Nichts... Ja... Leute... Er ist eben noch in meinem Zimmer... Ich schaue gerade YouTube... Ja... Ja... Äh... Wieso ist es hier schon bequem, gell? Ja schon, aber ich habe keinen Bock... Ich auch nicht, aber ich ziehe es durch! Okay... Wir ziehen es durch, okay? Ja... Äh... Äh... Krass... Okay Leute... Dann würde ich zeigen, wir sehen uns... Morgen... Vielleicht... Um... Wenn ich ins Bett gehe... Du kannst... Deine Kommentare... Auch am 1 Uhr noch was schreiben, okay? Am 1 Uhr schlafe ich schon längst... Okay... Dann mach ein Video, wenn du einschläfst... Und dann... 22 Uhr... Okay... Halbe Stunde noch... Okay Leute... Dann würde ich sagen... Gehe ich jetzt wieder hoch... In mein... Jetztiges Zimmer... Dann würde ich sagen... Das ist schon cool... Feuerweg... Sehr cooles Feuerweg... Ja... Und da sieht nichts mehr... Hier... So ist es ein ganzer Begriff. Nein, nein, nein. Hinter dem Baum. Hinter dem Baum. Oh, Junge, so krass aus. Na? Ich bin auf die andere Seite. Okay, Leute, das reicht uns da auch mal. Okay, das reicht, das reicht. Weiter. Wieder sagen, wir sehen uns. Altwider. Peace. What the fuck? Alter. Was ist das denn gut? Äh, was ist denn das gut? Ich weiß nicht. Ach, egal, Leute. Ich bin auch nicht interessiert. Also, mein Bruder will gerne hoch, aber Leute, ich weiß Bescheid, wir ziehen es durch. Er darf nicht durch. Ich will auch gerne in meinem Zimmer schlafen. Ich darf aber nicht runter. Ich darf nicht. Ich darf nicht runter. Warum? Ich will erhöhen. Ach, egal, Leute. Ähm, ja. Sag mal was nochmal. Ja, Leute. Keine Ahnung. Ich schlafe so um 22 Uhr ein. Also, komm noch mal hoch, wenn du fertig bist, okay. Kann ich da mal in den Kleidern hinführen? Ja, einfach nicht. Nee, lege es woanders hin. Einfach auf dieses Teleskop. Ich lasse es hin oder kaputt? Ja, also, Leute, dann würde ich sagen, dann könnt ihr uns mal in die Kommentare unter diesem Video schreiben, wie ihr es jetzt wieder verhandelt. Ich mache das so gerne hoch, ja. Also, runter habe ich da ab nicht. Weil das ist diese Scheiss Challenge. Okay, Leute. Mein Bruder kommt um 24 Uhr nochmal hoch. Dann verabschieden wir uns nochmal. Ich würde sagen, Peace. Peace. Leute. Ich muss schon das Licht anlöschen. Es ist schon bald 12. Weil, ja. Warte schon. Mein Bruder hat mich tatsächlich verschrieben. Ähm, wir Kunden. Ihr seht, es steht, mein Bruder hat ja nur vier Affiobis. Eigentlich bin ich ja das, aber soll man da machen. Zweifel wo ich jetzt bist. Ich habe in Online-Mussia auch gen haut als berriert. Weil, wie, 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 wie? Wie, 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 wie? Das, was, wie! Oh, lol. Wie, 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 wie! sind, wie, 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 wie? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann das nicht weiss an dem Buch weiter, also ich weiss es auch nicht mehr, dass wir ein paar lange, sieben tausendmal sind. Ich schlafe es im Donnerstag. Dann läuten es auch ruhig. Dann läuten es auch ruhig. Dann läuten wir in den Filat laufen, damit es noch nichts ist. Dann würde ich eigentlich noch sagen, bis morgen Leute. Ich bin gerade erst aufgestanden, 9 Uhr. War gar nicht mehr so schlimm eigentlich, also es geht eigentlich. Ja, weil die Katze noch bei mir war. Ich habe hier dieses Folterium noch gehabt. War eigentlich gar nicht schlimm. Jetzt geben wir meinen Bruder dafür. Ja, das ist der zweite Teil. Ich glaube ich spiele jetzt noch eine Runde Fortnite und filme das währenddessen. Also ich mache immer, wenn ich so zwei Minuten oder so habe, dann mache ich, oder keine Ahnung. Wenn es ein bisschen zu lang dauert, dann mache ich immer so einen Cut. Und ja, jetzt spiele ich einfach noch ein bisschen Fortnite und ihr könnt ja zuschauen noch. Aber bleibt noch dran. Wir sind hier gerade noch an der Hälfte am Aufnehmen. Wir haben schon bald die Abgabe zu. Peace. Nein. Nein. Ich gehe wieder in meinem Zimmer, also in meinem Bruder sein Zimmer. ok wir haben es schon sehr viel geschafft jetzt mit der weile ich mache es mit meinem Bruder mit einem kaputten Bildschirmprank ich tue so als wir das Handy wecken dann schlage ich richtig auf das Handy drauf und dann meint man anscheinend so ja es ist nachher kaputt ja ok Leute dann wird es einfach prank time ey wenn wir ein Video machen so war es so war es so war es ok Alter ist es noch mal das Handy gelegt hä ja oh nein Alter oh shit nein ja nein ja chill 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 sorry ich kann nichts dafür wenn das Handy so kommt aaaaaaaj hörruu du bist ein schwul man stop stop ist ein prank ist ein prank fuck ist ein prank ist ein prank alter dir ha 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 im Ernst ey ciao a la pisa ok warte kann man probieren hallo und ja was machst du in meinem Zimmer du hä jetzt raus runter los aaaaaaaj gehts runter los noch eine Minute wirst du gewiss nichts verloren es ist endlich 15 Uhr aber es ist eigentlich es ist schon später 15.29 Uhr aber wir jetzt ist endlich Zeit die Challenge zu beenden da nimm dein Handy komm nochmal her ich muss noch die Verabschiedung machen und dann heute gibt es noch die mögliche ähnliche in meinem schönen Zimmer ich habe es so vermisst jetzt hier ich habe das ich habe es eigentlich egal welches Zimmer hauptsache ich ein Bett zu schlafen hier